Hallo meine Schweißtechnik-Freunde, Willkommen in Madi-Schweiß-Shop bzw. Nein, wir kommen Hannover Messergelände für Philipp. Philipp, ich wollte dir nochmal Danke sagen, dass wir dabei sein durften, genau dabei sein durften, weil es ist eigentlich schon vorbei. Bist du glücklich? Super happy. Das war eine ganz spontane Idee. Ja, definitiv. War nicht viele Tage. Zum Glück habe ich dir gedacht, dir auch noch Bescheid zu sagen. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, es waren ungefähr 5.000 Autos. Das kannst du nicht beschreiben. 15.000 Leute. Es war wirklich voll geil. Aber Hannover. Wenn Hannover besitzt ist Hannover gewohnt, das ist das meiste für mich. Für mich war das einfach ein Traum. Und diejenigen, die nicht dabei sein konnten, können sich das Video jetzt reinziehen. Hoffentlich. Nicht so laut. Aber stopp. Stopp. Wir sehen uns ja bald wieder. Das dauert nicht mehr so laut. Ich habe noch ein bisschen vorgearbeitet, jetzt geht es mal los. Okay, ich danke dir. Ciao. H 서 Premier, hab ich Elvis geuto einmal auf. SMuer mein Vor apology. Agricuntem und schauen. Ferien von Kormann. Wir guckenate uns mal jetzt mal an denzigen Langmuirchen erstتم. 3, 2, 1. ہIm. Eliot mit Gott. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Wahnsinn, was hier los ist. Das ist unglaublich. Das habe ich nicht erwartet. Guck dir das mal an. 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 Guck dir das mal an.